Hey Freunde, kennt ihr noch diese Videos? Wahrscheinlich ja, da das Videos sind, die mir und euch extremst gefallen haben. Und wisst ihr, wie diese Videos entstanden sind? Mit Zeit und Spaß. Und ihr kennt das ja. Ich bringe jede Woche ein Video zu Trolling und Griefing raus. Jetzt mal im Ernst, wieso mach ich sowas eigentlich? Ich sitze hier gerade im Ninja-Kostüm vom PC und mache einen auf Ninja. Einfach nur, um die Leute im Internet zu unterhalten. Doch die Videos, die ich in letzter Zeit rausbringe, erfüllen nicht meinen kompletten Zufriedenheitszustand. Bananen sind auch ganz toll. Die nehmt ihr so auf, bam, und dann macht ihr sie so auf und dann sind die vegan und frisch. Und genau deswegen werde ich mir für die noch kommenden Troll- und Grief-Videos mehr Zeit nehmen müssen. Denn desto mehr Zeit ich für ein Troll- oder Grief-Video bekomme, desto geiler wird es einfach. Ja, hast du 3720 Euro. Ja, nee. Ja, ach nee. Aber klar denkst du dir natürlich, ja toll, und jetzt kommt nur noch jeden Monat ein Video. Klar, kann ich komplett verstehen. Aber dafür habe ich auch schon vorgesorgt. Und ja, ihr kennt ja bestimmt alle meine Thumbnails, also die Anzeige-Bilder auf YouTube von meinen Videos. Und die Troll-Videos davon sind halt eben grün. Die Grief-Videos davon sind rot. Und was jetzt neu als Hauptprojekt dazukommt, sind die gelben Gaming-Videos. Ein Beispiel von diesen gelben Gaming-Videos wäre dann so eins hier. Lidl Adventures. Spaß mit Aerosol HD. Aber jetzt einfach mal wieder zum Punkt. Aber klar, ein neues Hauptprojekt bedeutet eine große Umstellung auf dem Kanal. Aber ich bin und bleibe euer Aerosol, so wie ihr ihn aus den Videos kennt. Ich fahre links, ich fahre rechts und danach fahre ich über den Stein. Und meine Glasscheibe, die macht, oh nein. So werde ich auch in neuen Projekten sein. Ich ändere mich nicht. Ich bleibe der gleiche, so wie ich war, so wie ich bin. Die wichtigste Frage, wie jetzt natürlich, wie, wie wolltest du denn ausgehen, du? Und falls ihr jetzt wirklich sagt, ich komme mit neuen Hauptprojekten auf dem Kanal klar und bin froh, dass jetzt mehr Videos kommen, dann zeigt mir das mit einem Daumen nach oben, damit ich wirklich sehen kann, wie viele Aerosol Soldaten wir eigentlich noch im Petto haben. Außerdem freue ich mich auf die Zukunft mit euch allen zusammen. Euer Roman.